Hier, nehmt diesen Bolzen, er ist verzaubert. Wenn ich euch das Kommando gebe, schießt diesen Bolzen in den dichtesten Haufen von Gegnern, von den Kultisten. Gut, ich mache ein kleines Stück Stoff rum, damit ich diesen Bolzen auch wiedererkenne. Wollen wir wissen, was er tut, wenn er erst einmal abgefeuert wurde? Das wollt ihr nicht, ihr werdet es sehen. Dann. Dann sorgt dafür, dass wir weit genug weg davon sind. Wie wird er ausgelöst? Nun, er wird ausgelöst durch den Aufschlag. Ein einfacher Trick. Diamantes, lasst den Bolzen um aller Götter willen bloß nicht fallen. In Ordnung. Ich stecke ihn mir mal in die Gürtelschlaufe. Mir ist zwar noch kein Bolzen aus dem Köcher gefallen, aber... ...wenn es darum geht, dann ist es so sicherer. Ihr solltet damit jetzt nicht anfangen. Ist ein guter Rat. Nun, was gibt es noch zu tun? Na, wir wollen, müssen die Torwoller noch einsammeln. Und wir wollten noch in den Hafen. Ja, deswegen sammeln wir die Truppen rein. Wir sammeln erst unsere Truppen und gehen dann zum Hafen. Genau, aber haben wir sonst noch etwas zu tun. Boltox kümmert sich um die... ...und in den Heimat zu halten und wir haben das... ...wir haben das Stroh, wir werden uns wohl im Hafen nach Pech oder Teer umsehen können und... ...das war's. Na gut, dann geht mutig voran. Dann erstmal wieder zur Arena. Ja, aber wir müssen ja, Lan. Ja, Raphim hat sich irgendwie als... ...nicht ortskundig, aber... ...also er hat sich erwiesen, dass er den besseren Peil hat, von daher darf er gerne. Ja, Lan, du wolltest schon loslaufen. Raphim kann ihn allerdings festhalten. Du wärst einfach die Hauptstraße entlanggegangen. Raphim, du bist dir aber sicher, dort geht's einfach nur Richtung des Blauen Palastes... ...und er wäre einfach an der Arena vorbeigelaufen. Du allerdings kannst in eine sehr kleine Seitengasse einbiegen... ...dich gefühlt drei-, viermal im Kreis drehen. Und nachdem ihr dann eine kurze Weile durch die Gassen gegangen seid... ...taucht plötzlich im Nebel die Arena vor euch auf. ...mit den, äh, Ziegenhürden, den Ferkina-Kriegern. Äh, soll ich nach ihnen brüllen, Sulamin, oder wollt ihr das selbst übernehmen? Ich übernehme das. Ah, Vesera. Nun, auch wenn wir euch folgen... ...jederzeit steht die Einladung, dass ihr euch mal im Haar in den Namen schließen könnt. Habt ihr etwas für uns zu tun? Ihr könnt das so oft wiederholen, wie ihr wollt. Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil wir zum Hafen wollen. Und wir haben den Verdacht, dass uns dort Feinde erwarten. Und den Verdacht habe ich auch. Gut, dann schließt euch uns an. Haben wir etwas Größeres vor? Ja, nö. Sie alle umbringen. Wir haben etwas Größeres vor, ja. Wir wissen nicht, ob sich da Malma blicken lassen wird. Aber mit den Kultisten rechnen wir in jedem Fall. Und wir haben gehört, es seien viele. Gegen die Froschmenschen zu ziehen, würde mindestens zehn Gesetze mit uns führen. Also gut. Bleibt eure Waffen. Wir brechen auf. Sulamin hat ihr Pferd doch mitgenommen nach dem Ärger in Paranabat. Und steigt jetzt ab und lässt es in der Arena wieder laufen. Mach's gut, Janam. Wenn ich überlebe, komme ich dich holen. Ja, also ein Pferd auf ein Schlachtfeld bringen ist auch nicht vernünftig, Sulamin. Du solltest dich auf Migra setzen. Einen guten Kriegsbeeren, so wie es sich gehört. Ja, sie war großartig beim letzten Mal, als sie sich auf die Hinterbeine gestellt hat, um diesen Humeria zu zerdrücken mit ihren Vorderpranken. Ich sag's ja, ich verstehe auch nicht, was die Leute mit Pferden wollen. Pferde sind schöne Tiere, um sie auszuführen, aber für den Krieg nicht geeignet. Ey, Bruder. Trak stellt sich neben dich. Warum glauben diese kleinen Kreaturen eigentlich auch an Rastuhl? Ach, was weiß ich, Bruder, ey. Sie sind keine Trollsucker. Die kommen aus dem Bergen, krack. Hier gibt es keine Berge. Du kannst es ja. Hier nicht, aber ursprünglich. Die kommen von irgendwo da hinten. Und ihr seid doch auch hier, obwohl es hier keine Berge gibt, oder? Verstechende Lomek. Aber keine Sorge. Komm mal her, ihr Kleider. Wie heißen die noch mal? Ja, ne. Du da, ihr. Du, der Anführer von diesen Verkinas. Ich bin Jarabin Harasami. Ja, ich freu mich ganz toll. Und zwar folgendes. Ihr seid ja nicht so groß wie eure Kameraden hier vorne. Deswegen würde ich euch heute gerne mal testen. Und das heißt nicht, dass ihr hinten in der letzten Reihe steht und in euch in die Hände klatscht. Sondern, dass ihr ganz vorne steht und dass ihr im Blut der Feinde fast zertrinken mögt. Kriegt ihr das hin? Wir ehren und achten die Gesetze von Drashtol. Viele Gesetze, die uns dazu anstiften. Na, das klingt doch wunderbar. Dann sehen wir heute, wie geeignet ihr seid. Erschlag so viele Geschubte wie möglich. Und für jeden Geschubten, den wir erschlagen, warten zehn Jungfrauen im Harem im Paradies auf uns. Es könnte sein, dass es danach heute ganz schön voll wird. Hoffen wir es. Je mehr, desto besser. Wen ihr erstmal noch nicht erschlagen sollt, sind diese angeblichen Effertpriesterinnen. Wir vermuten, dass sie gefallen sind, aber wir möchten trotzdem ein paar Worte mit ihnen wechseln, wenn es sich ergeben sollte. Ihr gebt das Zeichen. Achtet auf Raphim. Er führt meine Truppen. Wir werden uns dem Verkina anschließen. Ja, ja, ja. So, Zulamin, wollen wir jetzt noch eben hier die Torfaller holen? Ja, sie sind immerhin die Experten, was den Malma angeht. Na dann, glaube ich. Wieder einmal muss Raphim durch den dichten Nebel führen. Gassenwissen. Wie hast du diese Stadt? Mhm. Ich will es auch um den Seeolankaneln in der Messe. Ich finde sie immer schöner. Erinnert dich an zu Hause, hm? So sieht es aus. Nur eine kleine Variation. Oh, ich muss tatsächlich neu würfeln. Checksalspunkt. Ja, ich muss. Alles? Oder nur Charisma? Nee, alles. Nee, Charisma würde reichen. Nee, ich gehe auf alles. Alles ist euch besser. Glaube ich auch. Aua. Oh, boy. Oh. Ja, ihr könnt euch Raphim anschließen. Der euch sonst so sehr sicher durch die Stadt geführt hat. Und nach nur wenigen Schritten nach der Arena stoßt ihr plötzlich auf den sehr übel fischig riechenden Hafen. Ihr könnt wieder die beiden Ever-Tempel erkennen. Die zerfallen hier liegen und die beiden, ja, sind es noch Eferdis? Die eine ist allerdings dieses Mal kein Delfin, sondern blau leuchtend sitzt sie unter der Wasseroberfläche, direkt unter der Mole. Und sitzt da wohl mit Steinen an sich gebunden auf dem Grund. Ist zwar nur nur wenige Schritte unter der Wasseroberfläche, aber dadurch, dass sie leuchtet in diesem brackigen, stinkenden Wasser, könnt ihr sie dort erkennen. Die andere derweil sitzt immer noch auf ihrer Kiste mit den zerquetschten, zerbrochenen Beinen, die dort lose und nutzlos zurückhängen. Ihr könnt die Szene direkt wiedererkennen. Bin nur ich es oder glaube ich, sind wir hier falsch? Na scheiße, Trollzacker-Verteidigungsformation, Ferkina. Hol mir mal diese Klopte da vorne hierher. Nein, nein, nein. Rafi, Rafi, nein, nein. Was? Nicht die Ferkinas, nein. Hol sie zurück, pfeif sie zurück, jetzt! Nö, passt die Frau vorsichtig an und bringt sie hier hin. Nein, gar nicht! Die Ferkina stürmen los und nach wenigen Augenblicken könnt ihr sehen, wie die, ja, Tempelvorsteherin, zumindest die Torwahlerin, mit dem zerquetschten Bein geschliffen wird über den Asphalt und dann vor euch im Dreck landet. Rafi, das zweite Mal in zwei Tagen! Geduld ist eine Tugend! Ja, Landklappe. Richtet die Frau auf, dass sie nicht mit dem Gesicht im Dreck liegt. Oh, ich werde mich euch nicht ergeben. Effert zum Gruße. Bemühe mich, die Frau ein wenig sauber zu machen, mit dem Handtuch, das ich vermutlich von Abel mir gestohlen habe, so einem Taschentuch. Tupfe irgendwie ein bisschen das Gesicht ab. Wir hatten einen Waffenstillstand. Nutzloses Pack. Verzeiht, dass sie etwas grob mit euch umgesprungen sind. Sagt mir, was ist mit eurem Tempel? Geschendet. Schon direkt zum Beginn der Zeit. Niedergerissen, angezündet, vernichtet. Ganz schlecht. Und was wurde danach aus euch? Wie, was wurde? Er seht ihr nicht meine Beine? Oran hat mich geknechtet, aber nicht gebrochen. Das ist gut. Das sieht gar nicht so aus. Ich bin der Vataner Ragnas dort hier. Das Waffen, ihr möge, über euch richten. Ja, ähm. Habt ihr mit den Torwallern zu tun, die hier in der Stadt sonst noch sind? Sie sind schon seit einiger Zeit nicht mehr hier, aber... Früher war ich wohl für sie zuständig. Ja, ja. Und auf der anderen Seite des Hafens. Dort hatten wir einen kleinen eigenen Tempel. Oft sind sie angelandet, hatten dann ihre Schätze, die sie geplündert haben, bei mir abgelassen. Aber das ist eine andere Zeit. Der Tempel ist wahrlich vernichtet. Hier konnte ich wenigstens noch mit Fasina sprechen, aber das geht mittlerweile auch nicht mehr. Ist das die andere Frau, die dort auf dem Grund sitzt? Ja, sie sitzt da mittlerweile seit, ich glaube, zwei Tagen. Meditiert. Sie meditiert. Und ihr denkt, dass sie keine Luft mehr braucht. Das ist eine Gabe F hat's? Sie zuckt mit den Schultern. Ja, warum nicht? Soll ich mal mit ihr sprechen, Sudamin? Ja, aber bitte steckt nicht euren Kopf in dieses Wasser, ja? Ah. Es ist... Außerdem, Boltax, wenn die Frau so tief meditiert, wird sie euch nicht hören. Hm. Ist ein Punkt. Na ja. Sie wird von alleine wieder auftauchen. Das macht sie öfter. Warum lebt ihr noch? Warum ich lebe? Keine Ahnung. Nein, wieso hat euch mein Mann euch noch nicht umgebracht und wer bringt euch was zu essen? Fische. Von Fasina, die sie mir ab und zu bringt. Oder Krabben. Ähm... Blah, Krabben. Oran hat mich gequält, aber nicht getötet. Ein... Ein toter Mensch bringt Oran nichts. Gequält sehr wohl viel mehr. Aber die ganze Stadt ist voller Anhänger der tiefen Tochter. Wenn ihr noch eine F-Wart-Geweihte seid, wieso lebt ihr noch? Ich bin eine verdammte Swafni-Geweihte. Ja, und was ändert das? Hm. Wahrscheinlich wenig. Aber ich bin keine Gefahr. Ich ziehe mich in der Nacht zurück in den Tempel und drücke die Türen zu. Sie springen zwar dran vorbei, aber betreten ihn nicht. Und die anderen, äh, naja, die Torwaller, beschützen mich zwar nicht, aber ich stehe normalerweise in einem Waffenstillstand mit den anderen Parteien. Gut, also, sagen wir mal rein hypothetisch gesehen, wir hätten vor, den Malma zu vernichten und das, was hier im Hafen lauert, zu zerstören. Hm? Wie kriegen wir das hin? Tja, da müsstet ihr wahrscheinlich zuerst, äh, den, den Schlossstein wieder anbringen. Den was, bitte? Ja. Habt ihr es nicht gesehen? Es gibt dort, es gibt dort, es gibt dort draußen einen, einen gewaltigen, äh, Sog, einen Strudel. Oft ist er nicht da, oft, äh, oft strudelt das unter der Wasseroberfläche, chaotisch und, und, äh, unberechenbar, aber dort unten ist eine Pforte des Grauens. Und solange die nicht versiegelt ist, könnt ihr es mit dem Malma nicht aufnehmen. Ich hab's euch doch gesagt. Er ist unbesiegbar. In Zoran sagte man uns das Gegenteil. Solange wir den Malma nicht besiegt hätten, könnten wir die Pforte nicht schließen. Also, wo ist dieser Schlossstein? Tja, ich gehe davon aus, dort wo der Kult tief im Gewürm sitzt. Gut, wo sitzt der Kult tief im Gewürm? Es wäre hilfreich, wenn ihr uns einen genauen Ort nennen würdet. Sie deutet, äh, mit der Hand einmal auf die andere Seite des Hafens. Ja, das ist hilfreich gewesen. Gut. Man sieht von hier aus nichts, oder? Äh, Nebel, aber nein. Also, du kannst noch einige zackige Klippen erkennen, die da wohl sich ab und zu mal rausschieben, aber wenig. Also, sie deutet auf die andere Seite des Hafens. Wohin genau, weißt du nicht. Und dieser Stein, was genau muss damit getan werden? Naja, was mit jedem Stein getan werden muss. Ja, Alain, jetzt stell dich doch nicht dümmer, als du bist. Ein Schlussstein ist ein Stein, der als letztes in ein Fundament oder ein Mauerwerk eingelassen wird. Nun, aber wo ist dieses Fundament, bis zum Mauerwerk? Und sagt jetzt nicht in der Bucht, sagt nicht in der Bucht. Stellt euch ein Kreuzgradgewölbe vor. Der Schlussstein hält gewissermaßen alles. Ich habe ihn nie erblickt, aber die Gerüchte besagen wohl, dass er aus Salem hierher gebracht worden ist. Krakensilber, ein mächtiger Monolith, eine Säule, eine Stähle, die dort aufgestellt worden ist. Wird der Schlussstein zerstört oder entnommen, fällt das ganze Konstrukt, also in dem Fall das ganze Kreuzgradgewölbeln, sich zusammen. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass wenn dieser Schlussstein zerstört wird, das gleiche passiert. Ich bin zwar keine Baumeisterin, sondern das Einzige, worauf ich mich verstehe, ist Schiffe bauen, beziehungsweise dann die großen Metallen oder ein Zeufnir-Tempel, aber ich bin auch keine Magiekundige. Es kann durchaus sein, dass ihr recht habt, ja. Er ist also ein Schlussstein im übertragenen Sinne. Doch ihr sagtet, wir sollten ihn zur Pforte des Grauens tragen. Mir erscheint es viel schlüssiger, was Boltax sagt, nämlich ihn zu zerstören. Ihr sollt ihn zerstören. Und wenn es dann Monolithe ist, aus Krakensilber, wie ist es bestört man denn? Mit Magie, schätze ich. Magisches Metall, ich kenne mich mit den Un-Elementen nicht aus, aber sicherlich gibt es viele Möglichkeiten, aber ein Profaner wird wohl nicht darunter sein. Hm. Man könnte es vielleicht auf schweren Beschussern kommen lassen, aber dafür müsste man ein Schiff in der Bucht haben und das frisst dann der Malma. Ich glaube auch nicht, dass dieser Stein, auch wenn die Lagerhallen oberirdisch angebracht sind, aber sicherlich befindet er sich so nah an der Pforte und dementsprechend unterirdisch. Aber das ist meine Vermutung. Boah, unterirdisch. Die Geln im Tunnel reichen tief. Unterirdisch ist kein Problem, damit kenne ich mich aus. Habt jedenfalls vielen Dank, dies war sehr hilfreich. Ich tupfe hier währenddessen noch irgendwie ein bisschen Dreck von der Wange. Das ist sehr freulich, oder? Es geht wieder unter Tage. Hm, gemach, beultags, gemach. Und lasst Faisina gerne noch etwas dort unten. Wenn sie meditiert, dann hat sie danach immer kurzzeitig gute Laune. Ja, ich verstehe immer noch nicht, wie ihr leben könnt. Wie gesagt. Und ehrlich gesagt, kaufen wir euch das nicht ab. Wenn ihr sagt, die Frau ist seit zwei Tagen unter Wasser. Und hier sind genug Homeria und Figs, um damit ein ganzes Bataillon auszurüsten, wollt ihr mir sagen, dass sie sie nicht anfassen? Nun, bisher hat sie noch alle Gliedmaßen im Gegensatz zu mir. Ja, die Frage ist, warum? Das müsst ihr mit Faisina besprechen. Ich bin nicht so entdrückt wie sie. Ich wusel jetzt schon die ganze Zeit um die Frau rum. Im Vollmond ist das besonders schlimm. Und Frage, hat sie irgendwelche Erschöpfungserscheinungen? Erfadane Ragnars dort hier? Ja. Erschöpfungserscheinungen? Im Sinne von gewaltiger Gegenstand. Packt gerade seit fünf Minuten und packt ihre Hand. Nee. Okay. Also sie fängt nicht an zu bluten, zu zittern, zu frieren, gar nichts. Ja, gut. Stolze Torwaderin, auch wenn sie da zwar auf dem Boden sitzt mit ihren gebrochenen Beinen, aber so stolz wie man eben sein kann. Nun, aber jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ihr wollt, können wir euch gerne ein Palast unterbringen, während wir der Sache nachgehen. Es könnte hier draußen gefährlich werden. Der Palast ist verflucht. Ja, aber wir haben diesen Fluch behoben. Ich habe das Bild zerstört. Ach, das Bild ist verflucht. Der Palast ist verflucht und das Bild ebenso. Wir werden das Bild auf jeden Fall bald zerstören. Nun, da ist noch das letzte Wort gesprochen. Ja, wenn ihr ein Krakensilbersteele vernichten könnt, dann sicherlich auch dieses Bild. Aber selbstverständlich. Wisst ihr, wo es herkommt? Ja, nein, das war schon immer da. Also hat es erst später jemand verflucht? Nein, das war schon immer verflucht. Ja, Alain. Also, ich werde das erkunden, wenn wir Zeit dafür haben. Natürlich, natürlich. Wer kennt sich besser mit gemauerter Kunst aus als ein Zwerg? Seht ihr? Niemand. Seit wann seid ihr ein Kunstexperte? Nun, ich habe euch die ganzen Fresken in Fassade wunderbar erklärt. Was mit Kallmanns Hand, na? Das waren zwergische Bauten, zwergische Kunst. Ich glaube nicht, dass ihr euch mit oronischer oder oranischer Kunst auskennt. Nun, hat noch jemand Fragen an Erogenaden-Efferdane? Oder können wir sie natürlich aus dem Dreck herausheben und wieder auf ihrem Gemell setzen? Könnt ihr vielleicht irgendwie helfen, während wir, ich weiß nicht, diese Kultisten angehen? Ich könnte den Nebel für einige Zeit vertreiben, wenn ihr mögt. Aber ob das langfristig funktioniert? Aber helfen wird es sicherlich. Wenn wir uns einen Überblick über den Hafen vergeben. Dann kann ich das tun, wenn ihr sagt, dass ihr so etwas braucht. Könnt ihr die Efferdi rufen, damit sie uns unterstützt im Unheiligtum? Nein, mit Fasina ist seit langer Zeit nicht mehr anzufangen. Nun, es geht gegen die Feindern ihres Gottes. Ja, sie weilt, hm, ich glaube, sie weilt schon fast nicht mehr in dieser Sphäre. Also körperlich ja, aber ihr Geist ist in hoffentlich der vierten Sphäre. Oder der fünften? Oder der sechsten? Hoffentlich nicht in der siebten. Also wollt ihr mir jetzt mitgenommen werden, weil wir holen noch die Torwoller? Oder wollt ihr euch hier hinsetzen? Ja, Stibion, in die Richtung. Äh, nein, ich bleibe hier. Setze mich einfach auf die Kiste. Ich gucke gerne den Fisch beim Schwimmen zu. Gut, gut. Und, äh, Balltagshilfe mir mal, ja? Ja. Und dann setzen wir sie vorsichtig, jeder dahin, wo man sie so liebsam hergeschliffen hat. Während wir das machen, würde ich Jalan zuflüstern. Jalan, dir ist bewusst, dass ich dich aufgrund meines Wissens von gestern Nacht jetzt in der Hand habe. Ich weiß. Gut. Bin mir sicher, wir kommen jetzt zu einer Übereinkunft. Das denke ich auch. Zu gegebener Zeit. Also, ich würde mich mal zur Abel mir unterbeugen. Seltsam, nicht wahr? Die einzige F hat Gewalt oder Swaffne Gewalt, die ich jemals gesehen habe, die nicht wütend wurde. Ja, in der Tat. Ein sehr mürrisches Volk. Aber wahrscheinlich hat sie ihren Verstand verloren. Und ich bin mir angesehen, dass der Portus Grauens ist das nicht unwahrscheinlich. Dafür klang sie noch verhältnismäßig klar. Nun, wenn ihr zur Stierbjörn wollt, dann nehmt ihr so Schuppe, reibt sie dreimal und dann geht in die Richtung. Dann kommt ihr ohne Unterlass dorthin. Ja gut, warum nicht? Ihr könnt doch gerne eine Tierkunde-Probe würfeln, wenn ihr wirkt, um diese Schuppe zu identifizieren. Tierkunde ist ein Mist-Talent. Hat er gewürfelt? Ja, hat er. Es könnte eine Schildkrötenschuppe sein. Es könnte aber auch, wenn man sie so biegt und trocknen lässt, eine Seeschlangen-Schuppe sein. Ihr wisst es nicht genau. Ich mag geschubbt es nicht. Nun, ist nur eine Schuppe. Ich wundere mich, ist es euch erlaubt, Fische zu essen? Natürlich. Obwohl sie geschubbt sind? Ich habe noch nie Anbarsch gegessen. Tatsächlich nicht. Es gibt im Großen Fluss keine Anbarsche. Und das Weiteste in eine Richtung, wie ich weiß. Der Punkt ist jedenfalls, wir sollten über den Plan nachdenken. Intensiv. Naja, was wollt ihr denn auch Plan noch ändern? Nun, offensichtlich muss erst der Stein, wie ich es bereits gesagt habe, am Anfang, wenn ihr nicht auf mich an wolltet, muss der Stein vernichtet werden, bevor der Malmach vernichtet werden kann. Naja, ändert aber nichts an dem Punkt, dass wir erst die ganzen Kultisten loswerden müssen. Ist das richtig? Ja, aber wir sollten uns vielleicht vorher überlegen, wie wir den Stein loswerden wollen, bevor wir dort hineintapsen. Naja. Wir sind entweder magisch oder mit heiligen Waffen. Wenn das nicht funktioniert, sind wir hier am Arsch. Destruktive Magie hätte ich eine sehr sinnvolle Sache. Nun, ich denke, wenn der Stein magisch ist, dann wird ein reiner Schadenzomber nicht ausreichen. Könnte euer Freund das vielleicht bewerkstelligen? Daran hatte ich auch schon gedacht. Ich bin mir sicher, auf die Gnade des Herrn Pryos könnte man zurückgreifen, wenn der Stein nicht direkt mit einer Rapporte des Gehorns verbunden wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob seine Macht bis hierhin reicht. Nun, das ist Silber, nicht wahr? Auch wenn es karkensilber ist. Damit ist es ein Metall. Und damit wird mein Elementar fertig. Es ist ein Unmetall aus den Tiefen der Tiefen. Aber ist ein Unmetall nicht trotzdem ein Metall? Nein, es ist so, als würde ich sagen, Aeternium ist auch ein Metall. Nun, ist Aeternium kein Metall? Aeternium? Nein, ist ein göttliches Metall. Und wenn Aeternium kein Metall ist das Endurium dann ein Metall? Ist das sehr hilfreich. Also meine Elementare konnten schon einen Körper aus Endurium heben. Ich denke, hiermit werden sie auch fertig. Die Frage ist, wer ausgabt sich der Freund dann damit? Natürlich. Oder kann er sich dem Malma immer noch stehen und ihn festnageln? Das wird sich zeigen. Naja, Woltags, hast du denn mehr als einen deiner Freunde dabei? Ich habe meinen Freund und meinen Bruder dabei. Aber mein Bruder wird den Malma nicht festhalten können. Aber kann dein Bruder, also wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, das war doch auch was mit Wasser, oder nicht? Mein Bruder ist dein Wasser elementar, ja. Ja, und wenn das Unmetall ist hier aus den Tiefen der nassen Schlampe, da soll sich er sich da nicht drum kümmern können? Dann wäre es ganz, ganz schlecht, wenn mein Bruder damit in Verbindung kommt, hm? Ich dachte, er könnte es dann kaputt machen. Elementar reines Wasser. Hm. Würde das funktionieren? Ich würde gerne Magiekunde Elementarismus würfeln. Ja, könnt ihr klar machen. Also ist auf alle Fälle erschwert, aber Elementarismus würde ich zählen lassen, Dämonologie, magische Metallhaltspezialisierung, ich könnte auch eine Metallkundeprobe, also sowas wie Hüttenkunde wäre das. Ich weiß nicht, ob Grobschmied, mit einer Erschwernis würde ich Grobschmied auch zulassen, also dass mehrere Sachen sind da möglich. Vielleicht noch Metallgoss, Avelmi, du hast da noch sicher irgendwas. Ah, leider nicht. Ich hätte Magiekunde Dämonologie anzubieten. Sieh das? Magiekunde Dämonologie, ja, klar. Nicht geschafft, nicht erschwert. Mal auf den Kript, komm mal, Avelmi hat's schon. Also, Avelmi sind mehrere Möglichkeiten bekannt, um entweder Krakensilber zu vernichten, zu schmieden oder den bösen Geist auszutreiben. Der Bandstrahl ist natürlich möglich. Das würde das Metall nicht vernichten, aber zumindest reinigen. Elementare Aquazauber sind möglich, also Aquafaxi oder Sphäri oder sämtliche andere Ideen dazu. Also es muss elementar reines Wasser sein, das würde funktionieren. Erzzauber werden wohl nicht funktionieren. Das liegt einfach an der Beschaffenheit von Krakensilber. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Destructivo abschließen. Das würde natürlich unglaublich viel kosten, aber auch möglich. Eine Umkehrung eines Feuerzaubers würde helfen. Also, doch elementar reines Wasser. Nun ja, das wird dadurch erschaffen. Das kriege ich hin. Also, dafür, dass ich das alles nicht verstehe, war das eine verdammt gute Idee, oder nicht? Das war wirklich eine gute Idee. Ah, dann wird mein Bruder diesen Schlussstein händeln. Ja, dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt unsere Torwalle ein. Und dann müssen wir nach da. Und gut. Und Raphim zeigt, Sieg ist gewiss in den Nebel. Ich denke, wir sollten allesamt vorher im Tempel anhalten und den Segen der Götter erflehen. Gut. Ihr meint aber den Raya-Tempel und nicht den Prine-Tempel, richtig? Ja. Ja. Habe ich mir gedacht. Da fühlen wir uns, glaube ich, willkommener im Augenblick.